Hallöchen und herzlich Willkommen zurück bei Executive Assault. Ja, der erste Ansatz, der war ja nun nicht so prall, der war eher zerschmetternd. Aber wir versuchen das jetzt nochmal und zwar belassen wir es jetzt bei der Einstellung. Ohne Feinde und wir versuchen erstmal das Grundlegendste hinzubekommen. Ready, ja, Opposition, also ohne Gegner. Okay, gut, da sind wir wieder und das Menü hätte ich gern im letzten Part gehabt. Oder was heißt das Menü? Den Bildschirm. So, dass ich den jetzt hätte, wenn der mit dem Fahrstuhl hochkommt, von da kam er glaube ich, direkt hier bam 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 bam. So, dass wir den hätten ausnocken können, aber hat nicht funktioniert. So, dann setz dich mal auf dein Stühlchen und wir versuchen wieder zu bauen. Da wir jetzt ja keine Feinde haben, kann ich nicht auch irgendwie die Kamera schwenken? Scheinbar nicht. Oder beide Maustasten? Nein, scheinbar auch nicht. Okay, dann belassen wir das erstmal dabei. Bild Panel. Wir brauchen jetzt erstmal die Power Station. Das Prozedere kennen wir ja schon. Und bauen wir die erstmal da hin. So, haben wir eine Power Station. Wir bauen jetzt einfach mal alles nacheinander, was wir bauen können. Die Drohnenfabrik bauen wir hin. Die Robot Factory bauen wir da hin. Jetzt könnten wir natürlich die Power Pallons bauen. Ready to research. Okay, was ist ready to research? Structures. Computer Mainframe, increase your unit cap. Äh. Research. Okay, haben wir zwei Minuten dafür. Power Station. Radar. Research Facility. Research is high technology. Okay. Aber ich denke mal, das ist jetzt gerade gar nicht so verkehrt. Internal Defense. Security Control Room. Controls all the security in the base. Keep safe. Das könnten wir danach mal machen. Office. Add extras to your office. Ich weiß nicht, kann man da eine Warteschlange machen? Oder muss man... Ne, man muss warten. Okay. Minus 25. Achso. Das heißt jetzt gerade, wir haben 25 Power zur Verfügung. Und die Forschung fordert gerade 25. Das heißt, wir kommen auf plus minus 0, wenn ich das richtig sehe. Ich belasse es mal bei der Vermutung, dass es so richtig ist. Und... Jetzt müssen wir trotzdem mal schauen. Ich möchte gern... Ne, geht immer noch nicht. Äh, Moment. Moment, Moment, Moment. Jetzt ist es schon grün. Es bleibt also stehen. Dann versuchen wir jetzt noch so einen Power Pylon. Den wir jetzt einfach mal hier ans Eck. Den stellen wir mal hier her. Vielleicht funktioniert es ja doch. Kurioserweise kommt jetzt die eine Drohne direkt schon raus. Ich habe noch gar keine Drohne in Auftrag gegeben, aber es kommt direkt schon eine raus. Hm. Research complete. Ajo. Warum das jetzt so ging, weiß ich nicht. Kann ich eigentlich auch. Na, Halleluja. Mit E. Mit E. Ja, dann... Mensch. Warum denn jetzt gleich so? Wieder raus. Mit E. Ich wollte doch eigentlich nur mal die Ansicht drehen. Wieso? Man kann sie nicht drehen, oder was? Das... Ah, hier oben haben wir Crystals. Schau mal einen an. Äh... Habe ich irgendwo auch meine Einheiten aufgelistet, die ich gerade zur Verfügung habe? Defense. Cell. Repair. Nee, dann nicht. Structures. Ich habe doch hier vor uns irgendwo eine Drohne gehabt. Machen wir mal Set Exit Point. Den setzen wir mal hier. Oder hätte ich es vielleicht mit der Rechtsklick machen sollen. Set Exit Point. Dahin. Und dann bauen wir mal noch eine Drohne jetzt geschwind. Und die schicken wir mal da hoch zu diesen... Kristallen. Ich muss halt bloß aufpassen, weil... Warte mal, wir schauen mal, ob es vielleicht noch irgendwo anders... Ah je, das ist aber auch empfindlich. Nee, da geht es nicht weiter. Aber wir befinden uns direkt im Eck. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, wir versuchen trotzdem mal... So, da hier haben wir die Drohne. Geh du mal mit und mach du mal hier Kristall. Habe ich jetzt nicht verstanden. Aber okay. Aber die Drohne ist unterwegs. Schauen wir mal, was sie macht. So, also wir bauen jetzt Eisen ab. Also diese Bohnen mit diesen zwei Bergleinen, das scheint dann wohl mein Eisen zu sein. Die Power minus 10. Was zieht denn da jetzt die Power? Der Iron Extractor. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Haben wir das. Dann. Robot Factory. Na, da wollen wir mal schauen. Wir gehen mal in das Design Menü und gucken mal, was wir machen können. Select Armor. Wir haben bloß die eine Armor. Select Weapon. Da haben wir auch nur die eine Weapon. Select Special. Stored Designs. Okay, also wir haben quasi nur das eine Teil zur Verfügung. Und damit müssen wir klarkommen. Dann bauen wir jetzt mal 1, 2, 3. Set Exit Point. Wir platzieren die mal hier draußen hin. So, jetzt kommt hier meine Drohne wieder. Prospektor Drohne. Kann ich die auch irgendwie verfolgen? Wollen wir mal, da kam noch gerade ein Hilfetext. Attack. Stop. Guard. Stand Ground. Land. Disembark. Direct Control. Jetzt habe ich sie erstmal aus den Augen verloren. Ich weiß jetzt nicht, wo sie hin ist. Ah ja, jetzt habe ich die drei hier. Das heißt, ich konnte meinen Exit Point mit Links. Mit Links-Klick kann man den definieren. So. Euch drei nochmal. Schicken wir euch mal dahin. Okay, was kann man mit euch machen? Ach, das zeigt an, was sie haben. An Rüstung, Waffen und Spezial. Und ich kann euch auch direkt steuern. Und da war noch irgendwas mit E oder sowas. Oder F. Warte mal, jetzt wollen wir erstmal. Ah, die folgen mir jetzt also. Dann gab es auch noch eine Taste. Was? Ah ja. Okay, also mit F. Following. Und mit G. Beschützen die. Die Gegen, wo sie gerade sind. Following. Ah ja, ah ja, ah ja. Okay. Habe ich, habe ich verstanden. Und jetzt. Können wir quasi. Wenn jetzt die Feinde gekommen wären, hätte ich die jetzt mit den Dingern direkt umlosen können. Ich hoffe jetzt mal, dass der Sound bloß auf meinem Ohr so laut ist. Das war jetzt die Robotfabrik. Alles klar. Also das sind jetzt so Sachen, da müsste man jetzt im Endeffekt, wenn es zum Kampf kommt, das direkt verteidigen. Also über die Absperrung können wir nicht springen. Also da kommen schon mal keine Feinde rein. Die Robotfabrik. Das ist schon mal positiv. Jetzt schauen wir mal weiter. Das ist dann die Drohnenfabrik. Da kann ich hier durchlaufen. Ah. Das ist der Powerreaktor. Und da haben wir wieder die Robotfabrik. Ach, das ist eine Glasscheibe. Ach, das ist eine Glasscheibe. Deswegen kommt man da nicht durch. Aber ich könnte quasi von hier aus, könnte ich mich jetzt hinstellen und BÄM, 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 BÄM. Wenn da was kommt, alles klar. Gut. Weiter schauen. Das da hier wäre dann ein weiterer Ein- und Ausgang. Das hat nicht so gescheppert. Habt ihr irgendwas kaputt gemacht? Habt ihr irgendwas angefasst? Ja, komm, wir gehen mal wieder da rein. Ich will doch mal gucken, ob ich jetzt meinen Anzugträger umliegen kann. Ich stelle mir das ganze Multiplayer eigentlich auch recht interessant vor. Ich weiß nicht, inwiefern gegeneinander, miteinander hier unten. Da ist noch ein weiterer Ein-Ausgang. Aber das finde ich ganz cool. Also, ihr seid noch hinter mir. Okay. Meine Orientierung ist sowieso komplett für den Eimer. Das ist die Drohnenfabrik. Da kann ich so direkt nichts machen. Wir könnten ja auch mal einen Rundgang in unserem Anzugträger machen und gucken, ob die ganze Sache läuft. Ah ja. Jetzt sind wir hier im Hauptquartier. Fahrstuhlmucke. Wie cool ist das denn? Ja, die tanzen jetzt so fröhlich zur Musik. So, hier kam der Feind rein. Ist direkt da zum Stuhl gelaufen. Und hat Bäm gemacht. Und dann waren wir tot. Was jetzt aber nicht weiter tragisch ist. Ich denke, wir haben das so weit verstanden, dass wir das jetzt so hinkriegen. Hoffe ich doch. Nur das mit dem Iron Extractor. Das habe ich jetzt irgendwo noch nicht so ganz verstanden, warum ich den vorher nicht platzieren konnte. Weil das Research, das war ja noch gar nicht fertig. Wir probieren es einfach nochmal. Ja, ich bin nicht ganz so schnell vom Begriff. Ich kapiere nicht ganz so schnell. Aber hey, hey, hey. Das kriegen wir schon hin. Wir schauen das jetzt nochmal im nächsten Part mit Gegnern. Ob ich mich da eventuell ein bisschen besser anstelle. Und ich denke doch, dass der erste Angriff wieder von einem einzelnen Robot erledigt wird. Und ja. Wir werden das da wohl hinkriegen. In diesem Sinne, Leute. Haut rein. Macht's gut. Und ciao, ciao.